Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid bei einer nächsten sensationellen Entwicklung bei Mr. Raw TV. Ich habe Christli. Hallo Christli. Hallo. Wie geht es dir? Viel besser. Viel besser. Christli hat eine lange Leidensgeschichte und hat tatsächlich auch hier einige Befunde mitgebracht. Wann warst du bei mir gewesen zum Gespräch? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin vor sieben Wochen. Ich glaube auch. Ich glaube zwei Monate. So ungefähr. Und ich kann mich noch erinnern, du kamst rein, du konntest ganz schwer laufen. Du konntest ganz schwer reden. Es war alles anstrengend. Es hat dir alles wehgetan. Du hast gesagt, ich war so dein letzter Strohhalm quasi. Du hast schon alles durchgehabt. Was hast du vorher alles schon durch? Also erstens muss ich jetzt dazu sagen, ich habe seit 30 Jahren diese Schmerzen, die aber in den letzten vier Jahren durch die COPD, die dazu kamen, übrigens durch ein Medikament. Wahnsinn. Also Asthma habe ich schon immer gehabt, schon mal als Baby. Und dann kam, das hat es vorhin drauf gesetzt. Die Schmerzen kamen durch geborstene Bandscheiben, die richtig geplatzt sind. Wahnsinn. Und durch vieles anderes geht ja alles seit mir raus hervor. Bestimmt. Ja, und im Grunde genommen ist es so, dass die Ärzte mich eigentlich aufgegeben haben. Ganz genau. Was haben die dir alles für Diagnosen gestellt? Was hast du denn alles hier für Krankheiten? Ich kann ja mal hier so zeigen, du hast ja da hier in den ganzen... So erstmal MRT. Tranium aktiv. Und all das entsprechende Weite der inneren und äußeren Liquoräume, basale Zisternen, die in Einsatz, keine Verlagerungen mit den inneren Zistern. Ich habe halt eben diese Geschichte hier, die mir schon Angst gemacht hat. Ich habe also zahlweite tiefe Hirninfarkt gehabt. Oh ja. Das wäre hier. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das heißt, die Arterien verschließen sich. Und dann kann das Blut nicht mehr ins Gehirn oder im Gehirn zirkulieren. Und dann kommt es zu so etwas wie Schlaganfall oder kleineren Hirninfarkten, dass bestimmte Areale ausgehen, die ganz bestimmte Körperregionen steuern. Inwieweit hat das sich bei dir bemerkbar gemacht gehabt? Ja, also als es akut war, eben dadurch, dass ich geleilt habe, nicht mehr richtig sprechen konnte, keine Wegsteuerung mehr hatte. Wortfindungsstörungen. Wortfindungsstörungen habe ich heute noch ab und zu. Ja, also, dass ich dann da vorstehe, ich weiß es im Grunde, aber ich kann nicht dran. Richtig. Ja. Aber auch das ist besser geworden. Das ist auch besser. Dazu kommen wir sowieso gleich, was sich alles verbessert hat. Jetzt greifen wir aber erstmal auf, was alles noch im Argen lag. Ja, also nehmen wir mal das hier, das ist besonders nett. Ja. Sagt also auf einem schweren, allergischen Astro-Ponciale, das ich von Baby an hatte. Da hat sich dann das drauf gesetzt. Dann diese Schlafapnoe. Oh, Schlafapnoe, genau. Und eben das Defizit an Sauerstoff. Richtig. Deswegen bin ich bei drei Liter, jetzt am Tag bei anderthalb von drei. Ne, um die Hälfte reduziert. Ja. Leute, ihr hört, ihr hört gut zu, was ihr alles wünscht, innerhalb von zwei Monaten. Wahnsinn. Ja, das. Genau, und da haben wir noch eins drüben, was haben wir da? Da haben wir dann, oder war das das Gerhenspindel, das ist die Wirbelsäule, die haben wir da. Ah, das ist die Wirbelsäule, oh ja. Ja, also da haben wir dann Rolaps mit einem, insbesondere des linken lateralen Recessus. Das bedeutet, dass der Bandscheibenvorfall in den Spinalkanal reingeht. Oh ja, das heißt, dass die Nerven quasi von der galertartigen Flüssigkeit angedrückt werden und dann, das fängt an zu schmerzen. Erstens mal das und das Zweite ist halt eben, dass mir zum Beispiel einfach die Beine weggegeben. Ja, dass ich momentan für ein paar Sekunden überhaupt keine Beine mehr habe, sozusagen. Das ist genau, du fühlst sie gar nicht mehr. Nee, und die Gefahr ist halt immer, dass ich im Querschnitt gelähmt werde. Den Befund nach. Den Befund nach, schön. Den Befund nach. Schön, das höre ich natürlich gerne, ja. Den Befund nach, ja. Aber wir sind ja nun mal da, ne? Also Arthrose ist klar, Osteokontrose, Spontylarthrose und was weiß ich, was für Lauderosen noch. Ja. Ja, sehr gut. Okay, und das hatte sich tatsächlich so geäußert, dass du sehr kraftlos, sehr niedergeschlagen und natürlich auch am Ende warst. Du bist aber eine Kämpferin. Ja. Das hast du mir damals schon gesagt und ich habe es auch gespürt. Ja. Du kamst hier rein, wirklich, du hast dich reingeschleppt, du hast eine wunderbare Tochter, die dich hier mitgebracht hat. Ja. Und du hast aber einen eisernen Willen, weil du hattest zudem auch noch eine Quecksilberbelastung, die enorm hoch war und die vor allem auch für viele dieser Symptome mitverantwortlich ist. Ja, und viele Medikamente. Oh ja. Die mitverantwortlich waren. Ich hatte also Medikamente aus der Opium-Reihe, aber eben chemisch. Oh. Du hast die erste Depressionen hattest. Logisch. In dem Moment, wo ich das Zeug endlich aus dem Körper raus hatte, waren die Depressionen. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Da fangen wir jetzt mal mit der Erfolgsgeschichte an. Du kamst hier also rein. Wir haben dir ein wunderbares Programm erstellt, wo ich dachte, hey, wenn die Dame das durchzieht, dann wird die wieder fit werden. Und der einzige Zweifel, den ich hatte, ist, dass du das zu 100% durchgezogen hast. Aber du bist es angegangen, du hast deine Ernährung umgestellt, du hast super Sachen zu dir genommen, Zeolith, Chlorella, wie sie alle heißen, die ganzen Sachen. Nein, die brauche ich noch. Die brauchst du, ja, die kriegst du. Die sind ganz wichtig. Und du hast dann tatsächlich von Tag 1 Vollgas gegeben und das Programm so umgesetzt. Ja, ich habe also ein bisschen variiert, weil ich halt eben gewisse Sachen jetzt von nicht dabei hatte, habe ich dann halt eben in der Versucht, das über die Ernährung zu kriegen, also über die Rohkost. Und ja, ich denke, ich habe mich sehr, sehr inniglich damit auseinandergesetzt. Ja. Ja, wir müssen auch über so Verschiedenes noch sprechen. Werden wir auch. Und ich kann nur sagen, ich kann jedem, der glaubt, der ist am Ende, nur sagen, macht es. So, geht hierher und lasst euch helfen. Ganz genau. Fantastisch. Kannst du nur kurz ein paar Sachen beschreiben, die jetzt schon in der kurzen Zeit besser geworden sind? Du hast ja eben gesagt, du hast eine Entzündung am Fußzehen. Wie lange hattest du die? Diese Entzündung hatte ich, oh mein Gott, sechs, sieben Monate. Wahnsinn. Und die halte nicht ab, egal was für Salden und das weiß ich, was wir alles gemacht haben. Es halte nicht ab, das war innerhalb von drei Tagen. Drei Tage nach der Umstellung? Drei Tage nach der Umstellung kam die akute Verbesserung und das ging so schnell, dass ich völlig perplex war. Ja, die Worte kommen auch wieder sehr. Dann, das nächste war halt mein Knie. Da hatte ich also monatelang massivste Schmerzen dran, die auch nicht behandelbar waren. Das heißt also, auch mit Cannabis und mit schweren, schwersten Schmerzmitteln hast du die Schmerzen nicht in den Griff bekommen. Das Einzige, was wirklich ging, das Bein in der bestimmten Haltung lagern im Bett, liegen, dann ging es. Also, wie ich es belastet habe, war es vorbei. Ja, zehn Tage. Zehn Tage? Zehn Tage nach Umstellung wurde es langsam besser. Nach 14 Tagen, maximal 18 Tage war es weg. Wahnsinn, das heißt, du läufst jetzt wieder ganz normal durch die Gegend ohne Schmerzen? Ich laufe auf meinem Bein ganz normal durch die Gegend ohne Schmerzen. Was natürlich noch Schmerzen verursacht, ist halt mein Rücken. Ja. Da braucht mein Körper wohl ein bisschen länger zum Heilen. Ganz genau. Aber es wird werden, also ich atme besser. Mein Blutdruck, ich nehme keine Blutdruckmedikamente mehr. Super. Da muss ich allerdings aufpassen, da hat mir meine Tochter geholfen. Ja. Nämlich, ich habe es abgesetzt und da war erst mal zehn Tage, wow, super, prima. Das Wasser ging raus, das Wasser nie rausging bei mir. Und ich dachte, ja, jetzt haben wir es. So, und dann fing er an zu wackeln, das heißt, er schoss hoch, er fiel ab, er schoss hoch, er fiel ab, hin und her. Und dann hat sie sich schlau gemacht und hat mir Mistel-Tee aus der Apotheke geholt. Sehr gut, super gemacht. Sehr gute Entscheidung. Und seitdem geht es mir auch vom Blutdruck her wieder gut. Fantastisch. Also ich muss es halt, ich mache es ja nur mit kaltem Wasser. Genau. Lass es ziehen. Sehr gut, kalt auch gut. Und trinke drei Gläser am Tag. Super. Genial. Und, wie ich dir ja am Telefon gesagt habe, ich habe mir eine Infrarot-Kabine zugelegt, da ich ja weder eine Badewanne habe, noch das mit dem, na. Also die in Serra geben, diese Liege oder Infrarot? Ja, das kommt noch nicht in Krebs, nein, sehr nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, das, was sie machen, sie badet ja in diesen. Ah, diese basischen Bäder. Ja, das geht mit meiner Haut zurzeit noch nicht. Ja, also habe ich gedacht, ich muss aber schwitzen, da ich mich aber nicht bewegen kann. Ja, genau. Clever. Wie oft geht es denn in dieser Rote? Genial. Also ich muss ihr wirklich ein großes Kompliment aussprechen, Leute. Weil in so einer Situation, wenn man wirklich so, sag ich mal, alles schon kaputt gemacht wurde, dann noch wieder aufzustehen und zu sagen, ich setze die Sachen um so konsequent, wie du es machst, Christel. Das ist unglaublich bemerkenswert. Das erlebe ich ganz, ganz selten. Und deswegen bin ich geehrt, dass du das hier so machst und dich auch noch vor die Kamera stellst und sagst, hier, das und das sind die Verbesserungen. Weil das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Deiner letzten Kraft quasi, dich so auszuwassen. Bin ich hierher gefahren, ja. Und dann auch alles so umzusetzen, ja, eine Infrarotkabine kaufen, ja, das sind ja Sachen, da gehört ja auch ein bisschen Zuversicht zu, dass es dir auch hilft. Und jetzt merkst du die Resultate? Ja. Das ist Wahnsinn. Und das ging sehr, sehr schnell. Also für mich war das nach den ersten Erfolgen von meinem Zeh und meinem Knie. Und vor allen Dingen hat es mir gut getan. Das Essen hat mir gut getan. Ich habe mit diesem Essen keine Probleme mehr mit meinem Magen. Genau. Ja, ich hatte immer, wenn ich so wie ich was gekochtes esse, und wenn es nur eine Kartoffel ist, kriege ich Probleme mit dem Magen. Ganz genau. Und das war halt vorher immer. Das war immer. Immer Probleme mit dem Magen. Ja, immer Probleme mit dem Magen. Und erst habe ich gedacht, Mensch, so viel Rohkost, das kann eigentlich nicht gut sein. Es ist super. Es ist Wahnsinn, gell? Ja. Ich merke es auch an deiner Stimmung, du bist gut drauf, du lachst. Ja, ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und du hast auch diese Fermentationsprodukte zu dir genommen, diesen Kombucha-Saft. Den habe ich zu mir genommen, ja. Genau. Und was du dir mitgegeben hast, diesen fermentierten Soja-Joghurt. Ja, ein Traum, ein Traum, ein Traum, Leute. Ich will das auch haben. Ich will das auch haben. Und das Glück, ihr könnt ihn hier unter dem Video bestellen. Wir haben da einen Link eingebaut, dass jeder in den Genuss kam. Ich esse jeden Tag diesen Joghurt. Glaube ich dir. Würde ich auch tun, wenn ich rede. Ich gebe dir einen mit. Du kriegst einen mit als ganzes Schenk. Nein, sie haben keinen mehr. Einen haben sie für mich aufgehoben. Wow. Danke. Sehr gut. Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich alle Videos gesehen. Fantastisch. Ich schaue mir auch andere an. Genau. Vergleiche oder gucke. Aber ja, das ist eigentlich das Beste. Das ergibt Sinn. Da sieht man nämlich auch noch, wie genial das ist, was man macht. Ja. Und ist dann auch gar nicht mehr so am Zweifeln, sondern man sieht, ey, das ist eigentlich alles Wissenschaft. Das ist alles dokumentiert. Da gibt es alle Studien. Das ist alles bewiesen. Ja. Aber wir werden halt verdummt verkaufen. Wir werden verdummt verkaufen. Ja. Und leider sind wir es auch gekauft. Leider sind wir es auch gekauft. Ja. Hast du richtig. Du opferst dich für die Arbeit auf, für die Kinder auf, für den Mann, für alles. Ja. Ihr seid immer für andere da. Wann seid ihr mal für euch da. Und deswegen haben wir ihr ein wunderbares Wellness-Programm erstellt, weil das steht dir zu. Du hast dich bis jetzt immer, du hast das Leben anderer gelebt und jetzt bist du mal dran. Und das war das Einzige, was wir gemacht haben. Hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Ja. Ja. Ich hätte ihm meine Platte mitbringen können. Ja. Hörst du dir die auch. Ja. 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 diesen Satz beinhaltet. Ich wurde durch andere gelebt. Ganz genau. Ich glaube, die bringe ich dir mal. Weil ich hast so wahnsinnig gerne gegessen. Dann weißt du es noch, Kartoffeln mit ein bisschen Öl und Salz. Ja. Nein. Gerne? Nein. Und was ist deine Alternative? Wie sieht so dein Ernährungskonzept jetzt aus? Also im Moment bin ich noch am Studieren. Ich liebe Buchweizen. Fantastisch. Ja. Und habe mir Buchweizenmilch besorgt. Fange morgens an, als erstes, wenn ich aufstehe, ein Glas Wasser. Fünf Moringa. Meine Zuckertablette muss leider noch sein. Noch. Die Spritzen auch noch. Kriegen wir weg. Aber das habe ich ja auch noch. Ja, ja. Das kriegen wir weg. Kriegen wir auch noch. Wir werden dann ein paar Monate mehr, die nächste Video sehen, wo dann Zucker schon abgesetzt wurde. Ja, ja. Es ist einfach so. Ja, es funktioniert. Ja. Fangen wir also damit an. Dann so um... Zeolett? War da nicht Zeolett noch dabei? Nein, nein, nein. Erstmal die Moringa. Erstmal die Moringa. Hervorragend. Dass die verwirken kann. Stuhlgang, ganz kurz. Stuhlgang? Immer. Hervorragend. Immer. Aber da muss ich dir jetzt sagen, mir hilft die Casio... Die Casio-Fistola. Nein. Nicht? Überhaupt nicht. Wahnsinn. Ich kann das so essen. Ach, wahnsinn. Zwei ganze Essen. Nix. Ernsthaft? Nix. Wahnsinn. Also mein Stuhlgang sagt wahrscheinlich, wieso bist du nicht zufrieden mit zweimal am Tag? Das reicht. Das stimmt auch. Wenn alles läuft, dann braucht... Also bei mir ist es auch so richtig. Die Casio-Essen passiert einfach nichts. Aber das heißt, dass dein Stuhlgang, dass dein Magen-Darm-Tank schon so weit ist, dass das von alleine hin bekommt. Ja, er bekommt es von alleine hin. Ohne Probleme. So, also dann nach zwei, drei Stunden, je nachdem wann ich meine Tabletten genommen habe, mache ich mir das Zeolit und trinke das erstmal weg und dann warte ich wieder und dann trinke ich das mit den Zitronen. Oh, genial. Mit dem Magen-Darm-Tank, mit dem Liposomane, flüssigen. Das auch, ja, das nehme ich dazu und halt eben eine Zitrone im Entsafter rein, dann Sellerie-Stangen. Genial. Dann, also alles Mögliche, was ich so habe. Jetzt habe ich gestern erfahren, dass man Avocados nicht roh essen kann. Äh, nicht Avocados. Anstieg mal die Lilasenfrüchte. Oversingen. Oversingen, das stimmt. Ja, die sollst du dörren ein bisschen. Gut. Ja? Ja, habe ich mir dann auch gemerkt. Also wollte ich dich fragen, was ich damit machen kann. Genau, die kannst du dörren. Gut. Also kannst du sagen, und Karotten, viel Karotten. Oh, super. Daher auch deine Haut. Also als ich dich gesehen habe, war ich ja gleich erstaunt. Also erst mal hast du, ich glaube, sieben Kilo oder so abgenommen. Ja, genau. Ja, und ich habe nicht gesehen, deine Haut, dein Turf, sehr schön rot, sehr schön gut durchblutet. Ja. Ja, das kommt unter anderem auch durch das viele Beta-Carotin aus den Karotten. Okay. Also dann mache ich mir so einen Trink. Super. So, und dann ist meistens so bis drei Uhr nichts mehr. Perfekt. Intermittierendes Intervallfasten, ja. Wie ihr wisst, wenn ihr entfastet, dann regeneriert sich der Körper, die Entzündungswerte hier drunter, das Gehirn wird dadurch durchblutet. Ihr kommt automatisch nach 14 Stunden Fasten in die Ketose. Das heißt, ihr Körper erinnert sich von Ketonkörper anstatt von Glucose, Zucker. Und das ist ein genialer Kuh, weil dann fangt an, diese Insulinspitzen aufzuhören. Das heißt, ihr habt einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel und das führt euch in eine sehr angenehme Sättigung rein. Ja, richtig. Ich habe also weder irgendwelche Heißhungerattacken gehabt bis jetzt, noch habe ich verlangen nach Fleisch gehabt bis jetzt. Ja, also alles optimal. Das ist halt das Geniale, weil wenn wir einen Bioscan haben, da haben wir gesehen, ihr fehlt Kalium, ihr fehlt Eisen. Und wenn wir ihr das geben, dann sucht der Körper nicht mehr nach Fleisch oder nach anderen Substanzen, um das auszugleichen, sondern er hat das dann und braucht sich darüber eigentlich gar keine Sorgen mehr zu machen. Dann sind diese Heißhungerattacken gar nicht mehr der Fall, weil du bist erfüllt. Und dann, gut, es kann halt immer noch mal sein, dass ich zweimal esse, aber Kleinigkeiten halt. Ich habe mir jetzt Brot gemacht, also so Knäckebrot mit Kuchweizen, Karotten und allem Möglichen drin. Das schmeckt wunderbar. Toll. Das habe ich mir gemacht und ja, ich bin auf dem Weg. Du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich kann dir wirklich nur noch mal gratulieren. Du bist ein tolles Beispiel dafür, wie man mit deinem Leben, das wirklich sehr, sehr, wo viele Zwischenfälle waren, die eigentlich nicht so hätten sein müssen. Wo wirklich viele Krankheitsgeschehen waren, viele Schmerzen waren, die es ertragen hast, um jetzt noch mal in deinem Alter das alles so zu ändern und noch mal ein neues Leben zu starten. Finde ich einfach genial. Ja, ich auch. Da kann ich dir wirklich nur gratulieren. Vielen Dank, Christel. Willst du den Leuten vielleicht noch ein letztes, letzten Wort mitgeben für ihre Geschichte? Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben, um das zu verbessern. Meldet euch. Hier drunter gibt es einen Link. Da könnt ihr Termine bei mir machen. Ihr könnt euch alle anderen Videos gerade zu mir anschauen, wo ich da auch viel schon erklärt habe. Und ihr könnt auch im Shop dann hier unter dem Video die entsprechenden Sachen gleich kaufen. Ernährungspläne sind da auch schon welche. Aber es ist natürlich immer besser, bei mir beim Videoscan vorbeizukommen, um ganz genau zu sehen, was fehlt mir, was muss ich ergänzen und wie baue ich das in meinen Tag ein. Vielen herzlichen Dank, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns auch in der Rukostria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurs an oder bestellt euch einen rohen, veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmschülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarot-Liege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkroten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann, 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 dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David Alle Links für die Produkte und Anwendungen findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.